So, es ist der 1. Januar 2014. Ich schleiche durch die Gassen von Saigon, werde gleich runter zum Hafen gehen, damit ihr mal wisst, wo man Geld steckt. Die haben hier so ein kleines Türmchen gebaut. Ja, da stecken ja nun Milliarden von Dongen drin, gehe ich mal von aus. Aber einen Hubschrauber habe ich noch nicht landen sehen. Die sind wohl äußerst selten hier. Und heute Nachmittag geht es nach Thomas. Und dann werden wir uns dort auf seiner Terrasse etwas verflügen.